Hallo zusammen, Thomas hier. Was ist besser? Lightroom oder Lightroom Classic? Warum stelle ich überhaupt diese Frage? Es hat sich bei Lightroom letztes Jahr was ganz Entscheidendes ergeben. Und das kann einen durchaus dazu bewegen, darüber nachzudenken, ob man weiter, wenn man es bisher getan hat, mit diesem großen, teilweise auch behäbigen Tanker Lightroom Classic weiterarbeiten möchte oder ob man den leichtfüßigen oder die leichtfüßige Alternative Lightroom nutzen möchte. Lightroom Classic gibt es seit 2006 und ich bin Anwender der ersten Stunde. Solange es Lightroom Classic gibt, also aus heutiger Sicht Lightroom Classic, früher hieß es ja auch Lightroom, aber das ist ein ganz anderes Thema, dieses teilweise Sprachwirrwarr von Adobe. Also Lightroom Classic nutze ich von Anbeginn oder seit Anbeginn der Lightroom-Zeiten. Und dann kam 2017, kam die leichtfüßige Variante Lightroom, die unter anderem auch für mobile Geräte ausgelegt war, weil sie deutlich weniger Ressourcen braucht und auch viel schneller ist als dieser teilweise, wie gesagt, behäbige Tanker. Ich hatte mir in der Vergangenheit zweimal wegen Lightroom Classic einen neuen Rechner gekauft, weil Lightroom Classic leider bis heute immer noch nicht optimal ausgelegt ist. Die Gründe lassen wir heute mal weg, die habe ich an anderer Stelle schon mal erörtert. Also wir haben jetzt das große Lightroom Classic und das kleine, in Anführungsstrichen, Lightroom. Für mich war Lightroom lange Zeit oder seit 2017 vollkommen uninteressant, denn Lightroom gab es nur mit einer Cloud-Anbindung. Da ich die Lightroom, die Adobe Cloud, bis heute überhaupt nicht nutze, jedenfalls nicht, um meine Bilder dort abzulegen, war das für mich vollkommen uninteressant. Aber im Oktober des letzten Jahres, im Oktober 2023, hat sich ein ganz entscheidender Schritt ergeben, denn Adobe hat auch Lightroom lokal gemacht. Neben der bisherigen Cloud-Anbindung kann man Lightroom seit Oktober letzten Jahres auch lokal nutzen, sodass wir auf die Verzeichnisstruktur auf unserem Rechner vollständigen Zugriff haben und von dort die Bilder abrufen können. Wir müssen nicht mehr in die Cloud, wir können ausschließlich lokal arbeiten. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Schritt. Und das kann einen dazu bringen, sich mal damit zu beschäftigen, ist vielleicht Lightroom in Zukunft die bessere Alternative. Denn die wesentlichen, nahezu alle Bildbearbeitungsoptionen, die wir in Lightroom Classic haben, haben wir auch in Lightroom. Und wenn es nur um die Bildbearbeitung geht, kann Lightroom tatsächlich eine sehr spannende Alternative zu Lightroom Classic sein. Heute stelle ich euch die fünf Gründe vor, die wesentlichen fünf Gründe, warum ich trotzdem bei Lightroom Classic bleibe und nicht zu Lightroom wechsle als meine Hauptbild- und Bildverwaltungsbearbeitung oder Software oder so. Der erste Grund, na eigentlich die ersten beiden Gründe, hängen mit der Bildbearbeitung zusammen. Der erste Grund ist die Bildbearbeitung, die uns beide Programme von sich aus zur Verfügung stellen. Was wir in Lightroom nicht machen können, ist das nahtlose Vergrößern oder Verkleinern des Fotos. Einfach die Umschalttaste drücken, die Maustaste drücken und gedrückt halten, dann können wir ein Foto nahtlos vergrößern. Wir müssen uns nicht hier oben sklavisch an die vorgegebenen Werte halten. Und dann können wir das einfach so machen. Und das geht in Lightroom nicht. Wenn ich da die Umschalttaste drücke oder auch jede andere Taste oder eine Tastenkombination, komme ich da nicht dran. Der Export-Dialog in Lightroom ist auch ein wenig abgespeckt. Das mag auch vielleicht nicht jeden gleichermaßen stören. Das hängt auch davon ab, was und wie man mit seinen Fotos arbeitet, wie man sie exportiert. Das ist also hier der Dialog in Lightroom und das ist der Export-Dialog. Der müssen wir erstmal in die Bibliothek gehen, Export-Dialog. Und der sieht hier ein bisschen umfangreicher aus. Da gibt es auch ein paar mehr Optionen. Und was man auch sehr schön machen kann, man kann sich dann hier entsprechende Vorlagen erstellen, mit denen man regelmäßig arbeitet. Und es gibt noch einen Aspekt, der hat eigentlich ein bisschen mit der Bildverwaltung zu tun, greift aber auch auf die Bildbearbeitung durch. Und das sind eigentlich sogar zwei Aspekte. Das betrifft zum einen das Arbeiten mit virtuellen Kopien. Ihr kennt das Symbol hier unten. Das ist also kein physisches Foto auf der Festplatte, sondern, und da kommt jetzt der Katalog, respektive die Relationale Datenbank, die bei Lightroom Classic drunter liegt, sehr stark zum Tragen, auch bei den weiteren organisatorischen Aspekten, die wir gleich uns angucken. Das ist eine virtuelle Kopie. Das ist also ein Abbild eines Fotos. Das gibt es aber gar nicht. Das gibt es nur im Prinzip in der Datenbank. Und wir können trotzdem mit diesen virtuellen Kopien arbeiten, wie mit einem ganz normalen Foto. Sodass wir die Möglichkeit haben, unterschiedliche Ausprägungen eines Fotos zu entwickeln, weil wir vielleicht noch nicht so genau wissen, wollen wir es mehr bunter, weniger bunt, wollen wir schwarz-weiß oder in welcher Form auch immer, in die eine oder andere Richtung ausprägen, können verschiedene Entwicklungsstadien in so einer virtuellen Kopie oder jeweils in einer virtuellen Kopie hinterlegen und können dann später vergleichen, welche Richtung der Bildentwicklung gefällt uns besser. Diese Möglichkeit besteht in Lightroom nicht. Gehen wir da wieder auf die, da gehen wir erstmal raus, gehen wir wieder auf die andere Seite. Das können wir in Lightroom nicht machen. Denn da fehlt uns der Katalog. Wir müssten, um das zu machen, eine physische zweite Kopie anlegen. Und dann kriegen wir unter Umständen, wenn wir das häufiger machen müssen, richtige Probleme, da wir nachher lauter Duplikate haben. Wir haben also Fotos, die identisch sind. Und damit kriegt man nachher in der Bildverwaltung unter Umständen massive Probleme. Oder man muss sich da wirklich sehr, sehr gut organisieren. Aber das nimmt einem Lightroom Classic ohne Probleme ab. Da muss man überhaupt nicht mehr darauf achten. Man kann natürlich hergehen, habe ich auch schon gesehen bei einem Kollegen, der hat dann die Idee gehabt, diese Fotos, die vielleicht eine andere Ausprägung haben, nochmal als Kopie in die Cloud zu legen und sich dann da verschiedene Entwicklungsstadien zu legen. Mir wäre das zu umständlich, ist aber durchaus ein gangbarer Weg. Und noch ein zweiter Aspekt, der durchaus vergleichbar ist mit virtuellen Kopien, das sind Schnappschüsse. Schnappschüsse sind im Grunde virtuelle Kopien, die wir direkt in Anführungsstrichen in dem Foto hinterlegen können. Aber tatsächlich nicht in dem Foto, sondern wieder in Verbindung mit der Datenbank. Schnappschüsse machen das Ganze sehr übersichtlich, sind im Prinzip virtuelle Kopien, die aber zusammengefasst werden in diesem Bereich, sodass wir nicht Gefahr laufen wie bei den virtuellen Kopien, wenn wir mehrere davon haben, dass nachher unser Fotobestand sehr unübersichtlich wird, weil wir viele verschiedene Kopien haben und nachher nicht mehr wissen, welches Foto gehört wohin. Wir können also in Schnappschüssen unterschiedliche Entwicklungsstadien festlegen, genau wie wir das mit virtuellen Kopien machen, aber eben nur kompakter. Das wäre das Ausgangsfoto, das wäre eine erste einfache Ausprägung in Farbe und das ist die monochrome Version, die wir am Ende auch sehen. Auch das geht mit Lightroom nicht, weil uns, wie gesagt, die Datenbank, der Katalog fehlt. Kommen wir zum zweiten Aspekt, der mit Lightroom auch nicht geht und den ich sehr viel benutze, denn ich benutze Lightroom so als Steuerzentrale. Von Lightroom aus mache ich das meiste in Richtung Bildbearbeitung, Bildverwaltung und das ist das Arbeiten mit Plugins. Ich benutze einige Plugins, um die Fotos entweder besser auszuarbeiten oder um sie in einer bestimmten Art und Weise auszuarbeiten und da haben wir einmal Photoshop, lässt sich über Lightroom natürlich auch aufrufen, aber das war es auch schon, wir können keine Plugins mit einbinden und die Plugins, mit denen ich gerne arbeite, ist einmal für die Schwarz-Weiß-Bearbeitung, SilverFX Pro, dann die von Topaz, Denoise und auch Sharpen zuweilen und ein drittes, was die Bildbearbeitung angeht, das finden wir bei Exportieren seit geraumer Zeit, DxO Pure Raw, weil das nämlich aus meinen Fotos noch mehr Schärfe, noch mehr Bildqualität in technischer Einsicht rausholt und gleichzeitig, wenn die Fotos rauschen, rauschen drin haben, das gleichzeitig noch entfernt. Und das kann ich von Lightroom aufrufen, kann in den Plugins arbeiten und die Fotos werden mir sofort wieder zurückgegeben in Lightroom und ich habe sie gleich an dem Ort, wo ich auch damit arbeiten möchte. Und das, wie gesagt, gibt es in Lightroom auch nicht. In Lightroom Classic haben wir noch ein viertes Plugin, mit dem ich sehr gerne und sehr viel arbeite und das findet man hier. Das ist nämlich dann das ganze Thema Bildorganisation, Suchen und Finden von Fotos und das ist das Plugin, wobei ein Plugin ist es schon nicht mehr, es ist eigentlich schon ein richtiges eigenständiges Programm, was sich aber einbinden lässt. Funktional ist dann die Exire Search Suite. Ich habe auch kürzlich ein Video zu der neuen Version gemacht, findet ihr hier oben in der Infokarte. Und da haben wir vielfältige Möglichkeiten, Fotos nach bestimmten Kriterien zu suchen und vor allen Dingen auch zu finden. Kommen wir zum dritten Grund, der Bildorganisation. Wie ich also grundsätzlich mit meinen Fotos umgehe, um sie in einer gewissen Art und Weise zu organisieren oder eben auch, um sie zu sehen. In Lightroom können wir unsere Fotos sehen, so wie wir sie in unserer Ordnerstruktur auf dem Rechner physisch abgelegt haben. Was wir aber nicht können ist, wenn wir auf den übergeordneten Ordner gehen, in dem Fall bei mir hier Paris im Jahr 2019, dann sehe ich nicht die Fotos, die sich in dem Unterunterordner, wo ich meine RAW-Dateien drin habe, RW2 in dem Fall, die sehe ich da nicht. Denn in der Ordner, auf dem Rechner, ist ja leer. Und auch der untergeordnete Ordner, der Datumsordner in dem Fall, ist ebenfalls leer. Und erst der Ordner RW2 hat die RAW-Fotos, die ich an dem Tag gemacht habe. Ich habe also keine Möglichkeit, alle Fotos aus Paris beispielsweise zu sehen, für eine schnelle Übersicht. Das geht in Lightroom ohne Probleme. Gehen wir da ebenfalls auf den gleichen Ordner, gleiches Jahr, Paris, und dann sehen wir alle, die ich in dem Jahr gemacht habe. Man könnte natürlich hergehen und alle Fotos in den Ordner Paris schieben, entspricht aber nicht meiner Organisationsstruktur. Und dementsprechend finde ich das sehr schön, dass ich in Lightroom Classic die Möglichkeit habe, einfach auf irgendeinen Ordner zu gehen und ich sehe alle Fotos, die sich unterhalb dieses Ordners befinden. Auch wenn da noch eine Unterunterunterstruktur ist. Ich kann auch auf alle Aufnahmen gehen, dann sehe ich jetzt alle Aufnahmen, die sich in diesem, in dem Fall sogar auf dieser gesamten Festplatte befinden. Was wir ebenfalls machen können in Lightroom Classic, ist, wir können mit Sammlungen arbeiten. Auch hier wieder was Virtuelles. Das sind virtuelle Ordner. Das sind Ordner, in denen ich meine Fotos, immer wieder die gleichen Fotos bei Bedarf sogar, in unterschiedlichen Ordnerstrukturen einordne. Ich benutze beispielsweise das sehr stark, um mich selber zu organisieren. Wenn ich Fotos habe, die ich für einen bestimmten Zweck, für ein bestimmtes Thema brauche, ziehe ich diese Fotos in einer Sammlung oder erstmal einem Sammlungssatz und dann eventuell in einer untergeordneten Sammlung oder mehreren untergeordneten Sammlungen zusammen. So kann ich also meine Fotos wunderbar thematisch beispielsweise zusammenstellen und kann die dann auch natürlich dann jederzeit innerhalb der Sammlung umsortieren, so wie ich das gerne möchte. Auch das geht in Lightroom nicht, denn da habe ich ja nur den Blick auf meine Ordnerstruktur auf der Festplatte. Da kann ich nichts umorganisieren. Jedenfalls ich in dieser Form. Das Zweite, was auch sehr, sehr praktisch ist, gerade wenn man beispielsweise, wir haben gerade darüber gesprochen, virtuelle Kopien hat und zwar mehrere, vielleicht sogar viele. Oder wir haben viele Belichtungsreihen oder wir haben viele Panoramaaufnahmen gemacht. Dann haben wir natürlich sehr viele ähnliche, einander zugehörige Fotos und die machen natürlich das Ganze sehr unübersichtlich. Und da kann ich in Lightroom Classic mit Stapeln arbeiten. Ich kann wenige oder viele Fotos in einem Stapel zusammenfassen und sehe dann nur das erste Foto innerhalb des Stapels. So wie jetzt beispielsweise hier bei dem Palais du Luxembourg in Paris. Da habe ich also drei Fotos in diesem Stapel. Das erste ist sogar eine virtuelle Kopie. Ich mache den Stapel zu und sehe jetzt, dass ich wahrscheinlich, so mache ich es jedenfalls, dass ich jetzt drei Ausprägungen dieses Gebäudes habe oder dieses Fotos. Auch hier können wir wieder virtuell arbeiten. Basis ist der Lightroom Katalog, die Relationale Datenbank. Und das Letzte, was wir auch machen können, haben wir gerade schon im Prinzip gesehen mit Exire. Wir können mit den Fotos arbeiten und können mit Stichworten arbeiten. Aber keine Stichwortliste, die wollte ich jetzt nicht. Und da haben wir dann die Stichworte drin. Da könnt ihr eigene Stichworte vergeben. Wir können mit denen von Exire arbeiten. Ihr könnt mit denen gemeinsam arbeiten und könnt so eure Fotos auch verschlagworten, um sie dann eben auch nach gewissen Kriterien zu suchen und speziell auch zu finden. Und auch das geht in Lightroom nicht. Kommen wir zum vierten Grund, der für mich ganz klar für Lightroom Classic spricht. Und das ist das Thema Karte. Wir können nämlich unsere Fotos, wenn sie GPS-Daten enthalten, werden sie automatisch verortet auf einer Landkarte. Als ich jetzt vor kurzem in Venedig zur Fotoreise war, habe ich alle meine Fotos mit GPS-Daten versorgen lassen. Und jetzt sehen wir, wo ich die Fotos gemacht habe, als ich in Venedig unterwegs war. Ich weiß gar nicht, ob das alle sind. Gucken wir gerade mal in die Bibliothek. Ich mache mal STRG A. Dann sind es auch vielleicht, nee, sind es auch nicht mehr. Dann ändert sich das Ganze nur auf gelb. Das sind also alle Fotos, die ich jetzt im Januar in Venedig gemacht habe. Und da kann man natürlich auch sehr schön mit arbeiten. Da geht man rein, kann schauen, welche Fotos hat man da gemacht und ähnliche Dinge. Das Kartenmodul muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Also ein Kartenmodul haben wir in Lightroom auch nicht. Und gerade wenn man mit Verortung von Fotos arbeitet, ist das natürlich eine sehr schöne Sache. Und der letzte Aspekt ist das Druckenmodul. Jeder, der druckt, denke ich, wird mit mir einer Meinung sein, Drucken aus Photoshop macht keinen Spaß. Das Druckenmodul ist wirklich nicht das allerhandlichste. Ich drucke meine Fotos seit jeher mit Lightroom. Das ist für mich ein sehr, sehr gutes Druckenmodul, da wo ich alles einstellen kann, alles hinterlegen kann, was ich will. vom Vorlagenbrowser, verschiedene Papiergrößen und ich hier alles einstellen kann, was ich einstellen muss, um dann das Foto über den Druckertreiber auf den Drucker zu schicken. Die Bildqualität, die mit Lightroom erzielt wird und auch dem Druckmodul ist im Übrigen ganz hervorragend. Das ist also für mich der fünfte Grund, mit Lightroom Classic weiterzuarbeiten und nicht mit Lightroom, denn auch in Lightroom gibt es kein Druckmodul. Das große Lightroom Classic gibt es seit 2006 und Lightroom in der möglichen Ausprägung, dass wir auch lokal damit arbeiten können, seit Oktober 2023. Beide Programme sind nahezu identisch, wenn es um die Bildbearbeitung geht und insofern könnte oder kann Lightroom durchaus eine interessante Alternative sein, denn Lightroom Classic ist teilweise behäbig. Das hat was mit dem Katalog, der da drunter liegt, zu tun. Der hat Nachteile und für mich hat er aber vor allen Dingen sehr viele Vorteile und wir haben uns eine ganze Reihe von den Vorteilen haben wir uns angeschaut. Deswegen bleibe ich absehbar bei Lightroom Classic und werde Lightroom nicht als meine Hauptsoftware für die Bildbearbeitung nutzen. Ich werde Lightroom definitiv nutzen, wenn es mal um Fotos geht, die eine geringe Halbwertszeit haben, die ich nur temporär brauche, die ich nur mal eben schnell bearbeite für irgendwas zwischendurch, wo ich dann die Fotos nicht erst importieren muss in den Lightroom-Katalog, um sie dann da zu bearbeiten und dann kann ich sie wieder löschen und ähnliche Dinge. Das ist dann mit Lightroom beispielsweise wesentlich angenehmer, schneller und flexibler möglich. Aber ansonsten, wenn es um die Bearbeitung, um die Handhabung und auch um die Organisation meines Fotobestandes geht, bin ich mit Lightroom Classic deutlich flexibler, habe wesentlich mehr Möglichkeiten und kann wesentlich mehr aus einer Software heraus machen als mit Lightroom. Im Prinzip ist für mich Lightroom Classic so die Steuerzentrale, um von da aus viele andere Dinge machen zu können oder auch anzustoßen. Wie seht ihr das? Ist für euch Lightroom, seitdem man es lokal nutzen kann, vielleicht jetzt tatsächlich die bessere Alternative für euren persönlichen Workflow? Schreibt es doch mal in die Kommentare.